Hallo, hier ist euer Silberfuchs. Vor den Toren der Stadt Leipzig stehe ich hier vor dem Schloss Gülden Gosser, dem Stammsitz der Leipziger Edelmetallverarbeitung. Ich freue mich sehr, dass ich es hierher geschafft habe und werde jetzt demnächst hineingehen und werde einen kleinen Tafelkauf tätigen und werde auch schauen, ob ich die Münzsammlung da drin besichtigen kann. Die ist was für alle Numismatikliebhaber. Ich muss auch sagen, auch in dieser frühlingshaften, fast spätwinterlichen Jahreszeit ist das Haus, das Anwesen ein sehr hübscher Anblick und kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen, wenn er mal nach Leipzig kommt. Es ist wirklich nicht weit, bin jetzt mit dem Bus vielleicht eine Viertelstunde gefahren vom Rand der Innenstadt. So, dann gehe ich mal rein und schaue, ob ich drin mir was angucken kann.